Stream Elements hat keinen Bock mehr. Ja, aber der Alert von deinem Resub vorhin, der hat ja funktioniert. Jetzt funktioniert aber auch wieder gar nicht. Also die Sounds funktionieren auch nicht. Der Speech, hat das irgendwas mit dem Speech Chat zu tun? Weil der aktualisiert sich irgendwie auch nicht. Ich sehe hier die letzten Nachricht, die ich im Speech Chat sehe, ist die von Lisa Kriege auf TikTok Ausschnitte. Das ist halt schon ein bisschen was her. Keine Ahnung. So. Und weiter geht's. Schauen wir mal. Wow, ich wette, da haben meine Brüder das V-Tier-Hirn versteckt, das Snape sucht. Wir teilen uns auf und sehen uns ein wenig um. War ja klar, dass die beiden was damit zu tun haben. Oh, weil die sind alle Stream Element. Okay. Aber komischerweise, die, ähm, die, die, die automatischen Nachrichten, ne, die, die, ähm, die schreibt Stream Elements noch regelmäßig, aber... Und damit hier findet ihr uns auf YouTube, bla, 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 bla. Was hat er noch geschrieben? Okay. Da müssen wir anscheinend hin. Was haben wir denn dann hier noch? Okay, Moment. Was steht denn hier? Oha. Ja. Giftspinnen und vorsichtig ist eine gute Kombination. Also. Oha. Alter, die lachen ja wie dieser Fraggle von Crash. Alter, hört mal. So wie der eine, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Aber der halt so komisch spricht. Gib ihm. Easy. Brenn, Blume, brenn. Nur vier Stück? Naja, dann. Oh, es gibt noch im ersten Hebel. Aber es gibt noch mehr, gibt noch mehr Jelly Beans. Nö, trotzdem Hebel bewegen. Dieser blaue Verrückte. Ja, genau. Der bei Crash Team Racing auch der allererste Boss ist. Ja, ja, ja. Huhuhu. Hat das schon irgendwie ein bisschen so angehört, ne? Und wir speichern einmal. Wie gesagt, das Spiel ist gerade schon einmal abgestürzt. Wir speichern lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Wie gesagt, das Spiel ist eigentlich so ähnlich. Okay. Ripper Roo. Irgendwie so heißt der. Ripper Roo. Ich schwöre, der hieß Ripper Roo oder so ähnlich. Können wir eine mit durch die Tür nehmen? Ich glaube nicht. Aha. Wingardium Leviosa. Oh. Ich glaube, der sammelt die wieder ein. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Bist du, ey. Jetzt hau ab hier. Weiter weg. Alter, der soll... Alter, was? Ey. Wingardium Leviosa. Aber gut, dass man mehrere Versuche hat. Alle. Ach. So, müssen wir das jetzt mit allen machen? Oha. Ich glaube schon. Wingardium Leviosa. Ja, keine Ahnung. Wo soll man... Ach mei, oh mei. Ist das... Also, das ist... Naja, gut. Ist jetzt nichts schweres, aber irgendwie ein bisschen Epsi-Puppe-Pi. Ach man. Oh, da... Oh, hier kann der weit weg. Okay, haben die immer eine Stelle, wo die so richtig weit weg fliegen können? Da hatten wir ja easy Lockertzeit, die wegzuhauen. Oh ja. Ach so. Bei dem anderen ging das gerade irgendwie nicht. Nein, 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 nein. Oh doch, wir haben den bekommen, ne? Haben wir den bekommen, ja, ne? Wingardium Leviosa. Eigentlich ja. Oh, haben wir nicht. Ja, moin. Alter, okay. Gut, dass wir das nochmal überprüft haben. So, und jetzt du. Wingardium Leviosa. Hä? Alter. Weg mit dir. Yo, was? Wie der abbricht? Ey. Da müssen wir den bestimmt in die Richtung hier schweben lassen. Wingardium Leviosa. Irgendwie... Okay, hier geht's weiter. Naja. Aber sollte reichen. Ey, ey, ey. 70. 70. Das sind alle. Dafür bekommen wir auch Punkte. Und nicht wenig. 70 von 70 blaue. Boah, cool. Aber irgendwie... Schaut mal oben links bei den Bildkarten. 3 von 17. Das hört sich noch irgendwie komisch an. Das hört sich nach... Das hört sich so an, als wenn wir zu diesem jetzigen Zeitpunkt eigentlich mehr haben so könnten. Follten. Follten. Wie auch immer. Oh. Da ist der Trollhirn. Ne, Folltierhirn war es, ne? Genau, Folltierhirn. So, und dann wieder zurück. Aber irgendwie macht das Spiel voll Spaß. Das sind schöne, entspannte Spiele. So was mag ich doch gerne. Ich weiß auch, dass wir das früher schon auf der PlayStation 1 gespielt haben, als Kinder. Aber ich kann nicht sagen, wie weit wir gekommen sind. So, mit diesem Kätzchen, was da in dieser... Ne, wo er da oben gesagt hat, da unten ist meine Katze, helft mir und so. Da kann ich mich irgendwie noch daran erinnern. Aber ich kann mich an das hier alles, kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Äh. Und ich wüsste auch nicht, wie weit wir damals gekommen sind. Also, keine Ahnung, ey. So, wir nehmen einmal den Trank. Oh, was jetzt? Ach, Hedwig. Einmal den Trank. Nämlich, dass wir gleich automatisch wieder rauslaufen und der Trank dann verschwendet war. Na klar. Dann hat das auch das Porträt was mit der Katze zu tun. Das überprüfen wir gleich mal direkt. Und wenn wir denn dürfen vom Spiel aus. Großartig, du hast das V-Tier-Hirn gefunden. Lass uns zurück nach Hogwarts gehen. Machen wir. Und wenn wir denn dürfen, das mit dem Porträt. Okay, bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Oha, 112. Mehr als wir, ne? Nicht so gut. Aber insgesamt sollten wir noch führen. Ja. Ist so. Was ist eigentlich mit dem neuen Torwart hier? Von Braunschweig, der gekommen ist. Warum spielt der nicht? Hat letztes im Francia-Spiel auch schon nicht gespielt. Möchte einmal das mit der Katze probieren. Ja, Quidditch-Tier-Hirn kann man immer. Aber ich weiß nicht, was das uns bringen soll. Wüsste ich jetzt nicht so. Und im vorletzten Spiel. Ja, das weiß ich. Aber im letzten Spiel nicht. Und jetzt auch schon wieder nicht. Im vorletzten, da kann ich mich auch dran erinnern. Das habe ich ja auch gesehen, als er gespielt hat. Mal schauen. So, okay. Durch das Porträt kommen wir bestimmt an das Kätzchen dran. Fragt sich nur, wo war jetzt nochmal das Porträt? Porträt. Äh, äh, äh. Ah, ja, 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 ja. Ja, nein. Ich war aber, glaube ich, nicht so weit weg. Glaube. Wo war es denn nochmal? Ich war beim ersten Teil, wo wir hier draußen waren, ne? Ich meine hier, oder? Ja, sieht gut aus. Okay. Catweasel. Gut gemacht, junger Gryffindor. Das ist tatsächlich das richtige Passwort. Ich schätze, ich muss dich dann wohl durchlassen. Ja, auf. Hop, hop. Bam, bam, badam, bam. Nein, das ist nur eine... Was heißt nur? Eine Bildkarte ist gut. Aber was ist mit dem Kätzchen? Vielleicht kommen wir auch über die Kerker dahin. Albus Dumbledore. Oh. Ja, einmal anschauen, bitte. Albus Dumbledore. Dumbledores Ruhm beruht vor allem auf seinem Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald im Jahre 1945. 45, das ist ein Zufall? Die Deckung der Sex-Anwendungen für Drachenmilch und seinem Werk über Alchemie verfasst zusammen mit seinem Partner Nikolas Flamel. Flamel. Nikolas Flamel. Ich raste aus. Nikolas Flamel. Ich raste aus. Okay. Wollen wir mal drüber hinwegsehen, weil das Spiel ansonsten echt Spaß macht. Richtiger Flamel, ich schwöre. Unsere vierte Bildkarte. Ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass wir eigentlich im jetzigen Zeitpunkt mehr haben sollten. Oder mehr haben könnten. Naja. So. Was wir jetzt aber einmal machen, bevor wir in die Kerker gehen, ist nochmal dir das Passwort für die gelben Jelly Beans abholen. Dann ist das nämlich wahrscheinlich schon die fünfte Karte, die wir haben. Und dann schauen wir mal weiter. Aber immer noch nicht die Hälfte. Obwohl wir die Hälfte der gesammelten Jelly Beans haben. Haben wir nicht die Hälfte an... ...Bildkarten. Hier. Mein Kätzchen ist immer noch da oben. Ja. Okay, vielleicht kommen wir durch die Kerker. Können wir da durch die Kerker das Kätzchen holen. Mal schauen. Das heißt, wir müssen einmal kurz in den Gryffindor-Gemeinschafts-Raum. Düm, 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 düm. Können wir uns nochmal Punkte sammeln hier? Können wir uns nochmal Punkte verdienen? Ja, leider nicht. Okay. Oh. Einmal durchlassen, bitte. Ja, genau. Das Passwort für das Porträt des alten vornehmen Barons lautet Himbeerbrause. Ich hoffe, du findest das Porträt. Es lohnt sich. Sieh dich gut um. Oh. Verschluckt an einem... ...Fischermann-Krümmel, ey. Was ist da aus hier? Achso, hat sich der Tagesprophet irgendwie aktualisiert? Neues vom Einbruch bei Gringotts. Nö. Ihr Vertreter der Kobo... Jetzt können wir einmal durch das Porträt gehen. Und dann gehen wir in den Kerker. Oh, Philu. Hallo, Philu. Ding, 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 ding. Oha. So kann man es auch machen. Ja, viel besser als die Treppen zu benutzen. Himbeerbrause. Nun, junger Mann. Das ist das richtige Passwort. Mal sehen, ob ich es schaffe, diese alten Scharniere zum Funktionieren zu bringen. Da bin ich ja wohl offen. Ich habe dafür 50 Bohnen gewammelt. Oha. Keine Bildkarte. Ein Besen. In Nimbus 2000. Ich bin jetzt noch schneller. Hochqualitativer Besen. Leicht und schnell. Weil... Okay. Trotzdem müssen wir jetzt Storybildkirchen natürlich erstmal in den Kerker. Was wir jetzt auch tun werden. Philu. Schade. Doch keine Bildkarte. Naja. Lass uns gehen und Snape die noch fehlende Zutat für den Zaubertrank bringen. Naja. Wir werden jede Menge Ärger bekommen, wenn er uns hier erwischt. Er glaubt, dass wir es gestohlen haben. Hä? Wir sollen doch zum Unterricht. Und das ist der Weg zum Unterrichtsraum. Wieso sollten wir jetzt Ärger kriegen, wenn er uns hier erwischt? Hä? Wir müssen da... Ja moin. Feigling. Ja. Nein. Draußen. Boah, bist du lustig. Selber Faultier. Überraschstwynn. Dun, 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 Dun. Oha! Oha! Sieht aber Spannend aus Ich muss mal ja zugeben Ja gut Das schafft er auch so Aber was jetzt Okay, das ist das Ziel vermutlich Und da oben gibt es eine Tüte voll Burnen Zwei sogar Aber Wie jetzt? Was? Zum Porträtzimmer? Hä? Achso Ne, Moment mal Hä? Bist du auf dem Weg zum Zaubertrank Unterricht, Harry? Verspäte dich bloß nicht Snape kann sehr gemein sein Er findet immer einen Grund Strafpunkte für Gryffindor zu verteilen Okay, grüne Wir brauchen grüne Bohnen in allen Geschmacksrichtungen Für unser nächstes Experiment Du weißt schon, die mit Trollpupel Geschmack Trollpupel Bring uns die Bohnen und wir verraten dir das Passwort für das Porträt Lecker Lohnt sich auf jeden Fall Vollpupel Lohnt sich glaube ich immer Okay, auf Auf, auf Wie viele gibt es? 80 Es werden immer mehr 50, 70, 80, 100 Auch die werden wir alle finden So, also Hier sind schon mal keine versteckt Dann nehmen wir erstmal Die rechte Tür Okay, die ist verschlossen Die linke Tür Auch noch verschlossen? Ne, da wartet Termine Na endlich Harry Ich habe eine Idee Wo der bei Gringotts gestohlene Gegenstand sein könnte Wir müssen aber erst zum Zaubertrank Unterricht Nun komm schon Harry Wir dürfen Snape nicht warten lassen Ja, ja Hätten wir doch immer eher den Weg runter zuerst probiert, was? Wollen wir einmal kurz gucken? Würde mich ja schon einmal interessieren, ne? Bevor wir jetzt zum Unterricht gehen Was gibt es denn hier? Oh Professor Quirrell hat diese Ebenen aufgestellt, um seine Schüler zu testen Ich weiß nur nicht, wie man dort hinauf kommt Auch nicht Ich glaube, ich muss erstmal zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste, bevor ich mich auf ihnen halten kann Aha Also können wir das jetzt noch gar nicht Ja, können wir noch gar nicht Na gut Müssen wir erstmal Ja gut, wir machen jetzt erstmal Zaubertränke Dann kommt wahrscheinlich nach Zaubertränke Kommt dann vermutlich Verteidigung gegen die dunklen Künste Und dann können wir uns auch diese Jelly Beans hier holen Oder Boden halt Äh, ja gut Ja gut Dem, 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 dem Nun pass gut auf, Potter Wenn du einen Mega-Power-Trank mischen willst, musst du zunächst den Kessel aktivieren Richtig logisch Oha Du musst schnell auf die drei Symbol-Tasten drücken, die dir angezeigt werden, damit sich der Kessel füllt Gleichzeitig? Wenn du es schaffst, deinen Kessel zu füllen Was ich stark bezweifle Mit der Klappe Kannst du den Kessel aktivieren, um deinen Zaubertrank herauszuholen Nichts leichter als das Du bist dran, Potter Das soll uns aufhalten, Professor Hallo? Aha Soll nichts leichter als das Hast du das gesehen, Professor? Das sind die Besten Das war gut genug, für deine Verhältnisse Nur ein Dummkopf würde erwarten, dass du es besser machen würdest Potter, ich habe noch nie solch eine miserable Leistung gesehen Los, hol mir das Glas mit den Feuerfliegen aus dem Nebenraum Laberababer Oha Oha Da kommt der schwarze Magier wieder Okay, Kampf Uh Aber war das Kedavra, oder was? Uh Jauh Der ist aber klein Und nun? Die werden tiefen Abgründen Von Hockrotz Eilige Scheiße, da läuft ein Troll rum. Hallo Philo, ja. Aua, Aua, ist ja ohne Kralle. Ist aber klein. Hier bleibt ihr immer einmal stehen. Warum ist der so klein? Trolle sind groß. Oder nicht? Safe. Gesundheit. Aha. Warum reicht noch? Ja. Hopp, falsche Tasse. Oh, das hat wirklich was mit der Katze zu tun. Ich bin's, Raymond. Kannst du mein Kätzchen sehen? Ja. Holen es. Wir werden es retten. So hoffe ich zumindest. Ja, Mau Mau. Komm schon, ich rette dich. Ich helfe dir. Okay. 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 Sollen wir das kaputt machen? Aha. Ja? Ja. Es ist kein Kätzchen. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Oh, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Was zum Teufel? Ja, Katze, rette mich. Hallo, kleines Kätzchen. Ja, mau. Ah, schon war Frosch, okay. So, dann komm mal mit, Kätzchen. Ja, bin ich zu schnell? Nee, ne? Boah, wie süß, Schottball. Wie süß das Kleine ist? Sieht ein bisschen so aus wie so ein Baby Simba, ne? Von der Farbe her und so und wie es läuft und auch. Kleines Kätzchen. Jetzt haben wir aber, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns, komm. Ja, komm schon. Ja. Ja.